so wie ihr hier auf dem video sehen könnt ist oben ein kunstwerk von karo zu sehen ja wo sandra sich jetzt drapiert hat sieht sie nicht herrlich aus passt perfekt zu dem bild tolle blautöne wasserfarben ich komme mal näher dran ja dann seht ihr auch gleich den ohrring von roos passend dazu das sind die beliebten blazer mit dem gerafften arm ohne knopfleiste total cooles muster und dazu trägt sandra das baumwollkleid mit faunik ganz lässig was wir noch im pink haben was in dem fall beide sachen einheitsgröße sind und wir sind da mal erkennen könnte haben wir den blog so ein bisschen in den blautönen aquamarine aufgebaut und da verbergen sich noch ein paar tolle highlights wie zb auch das kofferkleid in der sportlichen variante mit tollen farben und taschen und gummizug genau und auch wer es ein bisschen spitzig mag neue spitzenkeiler sind da in weiß haben wir in größen in m&l kann man als tunic tragen zur hochzeit ganz flippig mit bunten schmuck ja schön ne ja also das wäre so die inspiration von uns heute hier wie gesagt wir haben neue ware bekommen haben wir alles geschafft so viele tolle sachen super lohnt sich vielen dank hast den tollen job gemacht